Peter und der Wolf Ein musikalisches Märchen für Kinder. Es spiele mit Der Vogel Die Ente Die Katze Der Großvater Der Wolf Peter Und Gewehrschüsse. An einem schönen Sommermorgen, als im Haus noch alles schlief, öffnete Peter heimlich die Gartentür und ging hinaus auf die große grüne Wiese. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Ast eines hohen Baumes sitzt Peters Freund, ein kleiner Vogel. Als er Peter sieht, zwitschert er voller Fröhlichkeit, wie still und friedlich alles ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da kommt eine Ente angewatschelt. Sie freut sich, dass Peter die Gartentür offen gelassen hat und beschließt, in dem tiefen Teich auf der Wiese ein wenig herum zu schwimmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Als der kleine Vogel die Ente sieht, fliegt er hinunter, setzt sich neben sie ins Gras und plustert sich mächtig auf. Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst, zwitschert er Und die Ente quakt Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst Und steigt ins Wasser So streiten sie miteinander Die Ente schwimmt auf dem Teich und der kleine Vogel hüpft am Unfer hin und her Plötzlich bemerkt Peter etwas Er sieht, wie die Katze durch das Gras schleicht Die Katze denkt, der Vogel streitet sich herum, den werde ich gleich erwischen und schleicht mit Sammelfoten auf ihn zu. Pass auf, schreit Peter Und sofort fliegt der Vogel wieder auf den Baum Die Ente quakt die Katze böse an Von der Mitte des Teiches her Die Katze streicht um den Baum herum und denkt Lohnt es sich da hinauf zu klettern? Wenn ich oben bin, ist der Vogel weg Der Großvater kommt aus dem Haus Er ist böse, weil Peter auf die Wiese gelaufen ist und auch die Gartentür offen gelassen hat Das ist gefährlich, sagt er Wenn nun der große graue Wolf kommt, was dann? Der Großvater Der Großvater Peter beachtet die Worte des Großvaters nicht Jungen wie er fürchten sich nicht vor dem Wolf Doch der Großvater nimmt Peter bei der Hand Zieht ihn in den Garten und schließt die Tür fest zu Zieht ihn in den Garten und schließt die Tür fest zu Kaum ist Peter fort Da kommt aus dem Wald tatsächlich der große graue Wolf Der Großvater Schnell klettert die Katze auf den Baum Die Ente quakt und in ihrer Aufregung springt sie aus dem Teich heraus Aber so schnell die Ente zu laufen versucht, sie kann dem Wolf nicht entkommen Er kommt näher und näher, holt sie ein Packt sie und verschlingt sie auf einmal Der Großvater Der Großvater Und nun sieht es so aus Die Katze sitzt auf dem einen Ast Der Vogel auf einem anderen Natürlich nicht zu nah bei der Katze Und der Wolf läuft immer um den Baum herum und sieht mit gierigen Augen hinauf Der Großvater 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 und klettert vorsichtig hinüber in den Baum. Dann sagt er leise zu dem kleinen Vogel, flieg hinunter und dem Wolf immer um den Kopf herum, pass aber auf, dass er dich nicht fängt. Der kleine Vogel berührt mit den Flügeln fast den Kopf des Wolfes. Da wird der Wolf so wütend, dass er von dieser und von jener und dann von allen Seiten wild nach ihm schnappt. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgert und wie der Wolf ihn zu fangen versucht, doch der Vogel ist viel zu flink und der Wolf schnappt vorbei. Peter hat inzwischen eine Schlinge in das Seil gemacht und lässt es vorsichtig hinunter. Fängt den Wolf damit am Schwanz und zieht so fest er nur kann. Als der Wolf merkt, dass er gefangen ist, beginnt der Wild hin und her zu springen, um loszukommen. Doch Peter bindet das andere Seilende am Baum fest. Und je mehr der Wolf herumspringt, desto fester zieht sich die Schlinge. Aber jetzt? Jetzt kommen die Jäger aus dem Wald. Sie sind dem Wolf auf der Spur. Und als sie nun sehen, fangen sie wild zu schießen an. Sie sind dem Wolf auf der Spur. Doch Peter, der im Baum sitzt, ruft ihnen zu. Ihr dürft nicht schießen. Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf schon gefangen. Helft uns lieber, ihn in den Zoo zu bringen. Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf auf der Spur. Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf auf der Spur. Und nun, stellt euch den Triumphzug vor. Allen voran, Peter. Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf auf der Spur. Hinter ihm die Jäger mit dem großen, grauen Wolf. Musik 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 Und am Schluss des Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater runzelt die Stirn. Na ja, sagt er. Aber wenn Peter den Wolf nun nicht gefangen hätte, was dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Über ihnen fliegt der kleine Vogel und zwitschert vergnügt. Seht nur, wie tüchtig wir sind, der Peter und ich und wen wir gefangen haben. Musik Und wenn man ganz genau hinhört, kann man die Ente im Bauch des Wolfes quaken hören. Denn der Wolf hatte sie in seiner Gier lebendig verschlungen. Musik 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 Musik